Heute ist der 31. Juli 2022. Mein Name ist Dr. Meddent Esterlingen. Dies ist mein zweites Video. Inzwischen erreichen mich von vielen Seiten Bekundungen von der Art, dass es sinngemäß völlig in Ordnung sei, dass meine Praxis, die immerhin 18 Jahre bestanden hatte, nun ein Trümmerhaufen ist und ich beruflich vor dem Nichts stehe. Als Katholikin bin ich der Überzeugung, dass mein Körper Gott gehört. Es ist daher meine Aufgabe, auf meine Gesundheit nach bestem Wissen und Gewissen zu achten. Die erste Frage im katholischen Katechismus lautet, wozu sind wir da auf Erden? Antwort, wir sind dazu da, Gott zu erkennen, ihm zu dienen und ihn zu lieben. Dafür sind wir auf Erden und nur dafür. Die Anhänger des Hedonismus oder des Kommunismus können mit dieser Einstellung selbstverständlich nichts anfangen. Doch dabei belassen sie es nicht. Sie verabscheuen und bekämpfen jeden, der nach dem Grundsatz lebt, man müsse Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Die Schweizer Familie. Man ist nicht bereit, sich der Wahrheit wirklich zu stellen. Ein Brauerspiel. Hier liegt der fatale Irrtum. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Als ich das Sakrament der Firmung gültig empfing, war ich bereits 24 Jahre alt. Bei diesem Anlass erneuerte ich mein Taufgelübde und ich gab das Versprechen, alles meinem Gott zu ehren. Ich werde ihn zusammengerissen. Ich habe ihn momentan. Untertitelung des ZDF, 2020